Nein, nein, nein. Ja, ich habe immer während der Wahlbewegung gesagt, es wäre für mich ein großes Ziel, das letzte Wahlergebnis zu erreichen, das war mit 39,6 Prozent von meinem Amtsvorgänger Michael Häupl ein sehr gutes Ergebnis und es war immer mein Ziel, dieses Ergebnis zu erreichen. Ja, zum einen bin ich gewohnt, immer direkt an der Urne in meinem Wahlsprengel zu wählen, aber es soll auch ein Zeichen dafür sein, dass es sich dabei um einen sehr sicheren Wahlgang handelt. Wir haben alle Vorkehrungen der Stadt Wien getroffen, dass die Wählerinnen und Wähler diesen Wahlgang sehr sicher absolvieren können. Es gibt sogar einen Identifikationsparavan, eine wunderbare Wortschöpfung, die es wahrscheinlich nur in Wien geben kann, wo sichergestellt ist, dass die sehr engagierten Beisitzerinnen und Beisitzer, die ja auch die Identität feststellen müssen, nicht in direkten Kontakt treten. Also es ist alle sehr sicher, bitte wählen Sie. Ich will entscheiden und dass man dann eine Legislaturperiode ausarbeitet. dazu sind wir auch wieder. Die Gebiete, wir sollten bitte alle dran halten, er wird jetzt mit seiner Garten zuerst